Pädagogisches Hallo und herzlich willkommen hier in der Pädagogenzentrale. Wir spielen heute eine Runde Bomblobbers und mit dabei ist der... Ja, moin. Der Typ da im Skelett, das ist Finn. Ja, ja. Das ist schön, ne? Finde ich auch. Ja, du hast voll abgenommen. Bist du krank? Nö. Okay, dann recke ich dich jetzt gleich. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. So, oh Finn, du bist auf einem Schiff. Ja. Ja, wir spielen heute Bomblobbers gegen den Finn, denn wir haben ja gesagt, wir spielen jetzt Thomas vs. Finn. Und es wird jetzt immer mal wieder random auf den Kanal kommen, also nicht wundert, wann es kommt. Wow. Ey, hallo Finn, kannst du mal aufhören, bitte? Das ist cool. Ne, das sehe ich nicht ein, was du da gerade machst. Na super, mein Schiff ist schon leicht verletzt. Ja, meins auch. Ja, das finde ich super. Das gleiche nur so. Oh, wer hat mir das halt genau ins Gesicht. Aua. Ja, nochmal getroffen. Ich habe das mitgekriegt. Hallo Finn. Könntest du mal bitte aufhören, Manni, Finn? Hast du mal das genau... Ey, wieso triffst du so gut? Weil ich bin Babo. Uh, der kommt DT gelogen. Ja, genau. Habe ich dich wieder getroffen? Komm, komm, Finn. Ja? Hast du. Ja. Okay. Ey, du... Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hallo, aua, aua. Aua. Warum nicht tat das weh? Aua, du hast meine Blumen kaputt gemacht. Ja, gut so. Richtig Rebell. Weißt du, ich... Nee. Nee, nee, dafür kriegst du Hausarrest, Kollege. Das sehe ich nicht ein. Du kannst dich einfach von fremden Menschen die Gärten kaputt machen, ja? Oder mal so ein TNT da reinschmeißen. Und sagen, ich war es nicht. Alles ein soziales Experiment. Ja, da ist die Kamera, da ist die Kamera, da ist die Kamera. Oh nein, mein TNT ist abgeprallt. Aua. Oh, meinst du auch gerade? Das sehe ich nicht ein, Finn. Hör auf. Ich zerstöre das alles. Genau ins Gesicht. Genau ins Gesicht. Und nochmal ins Gesicht. Ich krieg dich, Finn. Nein, 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 nein. Ja! 1-0 für den Pädagogen. Wuff, wuff. Oh, Finn, da bist du auf eine Burg. Oh, ja. Das ist eine schöne Burg. Ja? Das ist aber nicht mehr lange schön. Tschüss. Die ist, die wird immer schön bleiben. Wird deine sowas von zerstören uns überhaupt nicht. Also, ich weiß ja, dass ich dich gerade schon wieder getroffen habe. Nee. Doch. Uh. Kannst du mal bitte aufhören, ja? Meine Burg kann da nichts dafür, dass du doof bist. Geh weg, Finn. Finn, nein. Oh, ja. Ja, wir nehmen die Folge gerade am Feiertag auf hier. Ja, wir hatten gerade ein bisschen Zeit. Ja, heute ist Feiertag, Finn. Sonst wärst du da in der Schule. Stimmt. Da sagst du was. Ja, und der Finn hat heute ein ganz fettes Paket zu Hause empfangen. Stimmt. Das war echt cool. Ja, mit einer Pädagogentasse und zum Popsocket. Und? Kind des Schokobongs. Ganz viele Schokobongs. Dass der kleine mal richtig schnell Diabetes kriegt. Es sind echt viele. Ich weiß nicht. Überall war es schon halb voll damit. Ja? Wir haben den ersten Tag rum. Ich habe echt viele gegessen schon. Aua. Nein. Ja, haupt mich tat das weh. Ja, ich habe halbes Herzabzug gekriegt. Ja, gut. Oh nein. Ich habe mich einge... Ich muss mich selbst rausspringen. Ah, danke, 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 danke. Du bist... Ha, 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 ha. Ich habe echt am Struggling hier gerade. Nein, 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 nein. Komm, komm, komm. Ich brauche noch ein TNT mehr, um dich kaputt zu machen. Nein. Oh, war das knapp. Komm, 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 Finn. Oh mein Gott, bist du einfach, komm. Du hast mich geboostet. Echt? Oh ja. Scheiße, scheiße. Nö, dann gehe ich auch wieder weg. Tschüss, Finn. Äh, Finn? Ja? Wie fühlt man sich so, wenn man sein Zuhause gerade verliert? Ja, es fühlt sich sehr traurig an. Echt? Aber ich kann damit leben. Nein, nicht direkt bei mir. Oh. Ja? Oh, da kommen gleich drei TNT an. Boah, alle in meinem Gesicht. Au, 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 au. Direkt. Au. Okay. Ich gehe hier in den Turm hoch. Ja, mach du nur. Mach du nur. Ich habe alle drei in den Turm getroffen, Alter. Oh, in your face. Au. Boom. Boah, die war super. Oh, nein, meine eigene Insel. Scheiße. Nein, nein, ich auch. Scheiße. Genau in dem Moment, wo du es sagst. Ach ja, Finn. Jetzt bombe ich mich ja selber. Es könnte jetzt sein, dass es dir jetzt gerade wehtut. Aua. Ah, es tut nicht weh. Aua. Oh, scheiße, da hinten ist der TNT. Komm, Finn. Jetzt bleib mal hier vorne ein bisschen. Nein, ich beschieße mich hier selber. Aber das ist doch dumm. Ja, das ist schön. Weil ich mache jetzt gerade die... Aha, da bist du also. Nein. Boah, gut, das hat Damage gemacht. Ja, ich kriege dich jetzt auch gleich wieder. Ach, ich beschieße mich hier wieder selber. Aua, 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 au. Ich sehe gerade, dass meine Insel gerade verschwindet. Ich sollte mal woanders hingehen. Ja, das ist gut. Aha. So. Nein. So. Komm, Finn, jetzt sterb doch mal. Nee. Finn, wir können gleich nicht mehr. Das ist wichtig. Kannst du mal an meine andere Seite Insel in Ruhe lassen? Sogarter Streuschuss. Okay. Äh, hier kann ich mal hin, hier kann ich hin. Ey, das hält er halt nicht. Tschüss, Finn. Geh weg. Fein. Ich werde es gleich, ich sehe es gleich. Ich laufe ins Wasser rein. Nein. Wieso? Nein! Das schon. Nein! Ach komm, 1-1. Es steht 1-1. Und wieder sind wir in einer Burg. Finn. Sieht cool aus. Ein bisschen asische Burg. Asiatische. Asische. Finn, ich würde sagen, fairerweise dürfen wir nicht ganz nach hinten gehen auf unseren Maps. Weil wir nicht zu zweit sind, weil die Maps sind ja eigentlich ausgelegt für 10 Spieler. Ja. Sonst, äh, sind wir 10 Stunden hier beschäftigt, die Burgen wegzubomben. Komm, Finn. Ich will jetzt, dass du... Oh, gerade eh mal zurück. Du hast mich direkt wieder getroffen. Okay. Kann doch nicht sein, ey. Finn. Anwesend. Äh, möchtest du den Zuschauern noch irgendwas sagen, bevor du jetzt gleich stirbst, oder? Okay, das war eine Ansage. Ich gebe mir jetzt extra Mühe. Okay, ja, ich wollte es nur sagen. Ich gebe mir jetzt extra Mühe. Ich gebe mir jetzt sowas nur extra Mühe. Ja? Ja. Ich habe eine Taktik jetzt gerade entworfen. Okay. Ich habe eine Taktik. Ich habe auch eine Taktik. Oh, hier ist Wasser. Ich mache dir erstmal die Bodenplatte weg. War das knapp? Ja, was ist einfach, es kommt dann gleich wieder. Wenn ich hier jetzt nicht... Oh, oh, oh. Wenn ich hier jetzt nicht hochkomme, habe ich echt ein Problem. Nein. Okay. Geschafft. Ah nein, er ist jetzt schon wieder über der Base drüber. So. Komm. Dann müssen wir jetzt ein bisschen TNT sparen, tatsächlich. Denn ich habe einen Plan. Um diesen Plan... Sparen wir TNT. Um diesen Plan in die Wirklichkeit umzusetzen, brauchen wir jetzt allerdings Finn. Denn... Hallo Finn. Du bist bekloppt. Alle drei in die Fresse. Ich war eigentlich im Wasser. Echt? Also, das war so knapp. Oha. Echt, das war richtig knapp. Das ist aber unfair, wenn du halt jetzt im Buzzer warst und es nicht gezählt hat. Na, super. Guck mal, hinter dir. Ne. Ich gucke gar nicht jetzt hinter mich. Guck mal hinter dir. Nein. Aua. Siehst du? Na, dann fängst du jetzt an zu treffen, oder was? Ja. Ich habe jetzt langsam, langsam, ne? Ja. Okay. Oh mein Gott, war das einfach. So. Dann laufen wir mal kurz hier einmal im Kreis. Na, wie geht es euch denn so, Zuschauer? Ah, ihr könnt ja gar nicht reden. Stimmt, ihr guckt es ja erst jetzt. Ah. 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 Was machst du da hinten? Was? Das ist frech. Was ich da hinten mache? Nichts? Wir haben ein bisschen TNT-Farmen, so. Ein bisschen warten. Ja. Und jetzt alles zu verschießen. Und ich laufe einfach weg. Ja, mach du nur. Sag dann, ich lade das jetzt, muss ich dann auf, wenn man 10 zählt. Ja, ja. Dann gebe ich, oh. Ja, 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 bleib da stehen, bleib da stehen. So. Let's try. Oh. Weg hier. Oh. Oh. Was? Der Pädagoge hat gewonnen, denn du hast dich selbst gekillt. Du bist ein. Woof, 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 2, 2, 1. Oh. Oh Gott. Das ist die Sparflamme, denn. Oh, das ist jetzt echt ein bisschen, äh, ja. So, aber hallo Finn. Kannst du bitte aufhören? Nö, 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 nö. Finn, das ist meine neue Burg, die habe ich mir gerade frisch gekauft. Frisch gekauft? Ja und du kommst jetzt auf die Idee mir das hier in die Luft zu sprengen oder was? Ich glaub es geht los, nein. Nein. Ich wär grad fast, ey wenn ich, ich sag's, ich sterbe in den nächsten zwei Runden, ich sterbe noch einmal indem ich durchs Wasser sterbe, also ins Wasser laufe. Echt? Nee, indem du jetzt grad durch TNT stirbst, Finn. Äh, niemals. Niemals? Niemals. Hast du bei den letzten zwei Runden auch schon gesagt, die du verloren hast? Mhm. Hahaha. Du warst nämlich so einfach. Oh, wie das Gesicht. Genau damit triffst du. Ja, aber man hört das immer so klicken. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, ob das sogar sinnvoll ist, sich zu treffen oder eher nicht. Weil nimmst du Schaden weg, wenn's dich direkt trifft? Ja. Oh ja, tatsächlich. Das gibt mir tatsächlich einmal so ein halbes Leben. Tatsächlich. Ein halbes Leben? Ja, also 5 Versen. Ich darf nicht durch abgezogen. Ja, siehste? Nochmal für abgezogen. Oh, 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 da kommt TNT. Ich hab's gesehen. So, Finn. Anwesend. Oh, oh, oh. Hey. Hast du mir grad einfach meine Tür weggesprengt, Doofmann? Aha. Oh, hab ich da eins geblockt gerade? Ja. Das ist, das ist, das ist dreist. Aua! Ich hab jetzt auch gerade nen Bing gehört. War das erste Mal, dass ich nen Bing gehört. Ja, das erste Mal in deinem Leben, dass du überhaupt was hörst. Haha. Oh nein, die sind abgeprallt! Nice try. Hinter dir. Haha, droll. Au! In your face, when I see your face, hau ich dem Fido eine rein, denn der stirbt jetzt. an TNT, ich weiß. Nein! Oh, das ist knapp. Wow, waren das gleich mal vier TNT, die da hochgegangen sind? A3. Aua. Bing. Oh, das war knapp, Finn. Ey, ich krieg dich, ich sag dir das. Ja, ich treff grad nämlich nicht. Ja, doof, ne? Ja, weil die Insel so klein ist. So, aber... Oh, ey, wenn du so wüsstest. Ist das unangenehm? Geweck. Ja, 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 ja. Pfff. Au! Ne. War das knapp. War das einfach, meinste? Haha. Überhaupt nicht einfach. Es war aber nur lucky. Geweck. Kannst du jetzt nicht mal... Oh, was ist denn das jetzt bitte? Ach, sprengt davon unten auch die Insel? Aua. Sprengt man davon unten auch die Insel weg, wenn man unter die Insel schießt? Oh, ich weiß nicht. Das würde ich jetzt gerne wissen, weil... Dann hätte ich... Ne, ich glaub nicht. Ey. Hör auf! Ich krieg noch Fall damit. Was ist das für ne Scheiße? Ja, das ist auch gut so. Oh nein. Nein, 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 nein. Weg hier, weg hier, weg hier. Ich hab noch ein Herz. Ja! Ich hab noch ein... Ja! Ja! Und ich bin ins Wasser gelaufen. Da, 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 da! Oh, Fido, du bist ja so einfach. Ja! Da sind wir schon wieder. Und ich würde sagen, das dürfte jetzt, wenn alles gut läuft, die letzte Runde sein, wo wir Finn auf seinem Luftschiff hier nach unten befördern. Das glaub ich nicht. Doch. So, siehst du, es wär schon fast direkt getroffen gewesen. Ey, du triffst so gut, ey. Ja, hallo, ich kann... Wenn ich keinen PvP kann, kann ich wenigstens mit Bomben werfen. Oh, bin da getroffen. Geweck! Ja, wenn du halt da hoch gehst, kann ich... Was ist denn das, bitte? Aua! Doof, Mann. Meint ihr das? Ja, ich muss laufen erstmal, Alter. Ich muss erstmal richtig laufen jetzt. Wieso musst du denn laufen? Äh, aua. Weil ich grad übelst Schaden kassiert hab. Na gut, so. Geweck, geweck. Ja. Ja! Bam, Junge! Ja! Nein! Okay, ich sollte meinen Mund nicht zu voll nehmen. Äh... Vier zu... Ne, drei zu zwei. Drei zu zwei, okay. Hast du wenigstens noch? Ja, gut, okay. Drei zu zwei. So, Leute! Äh, das war's. Und während die Runde, würde ich sagen, hab ich gewonnen. Äh, ihr könnt gerne weiteren Spielmodi-Ideen in die Kommentare schreiben, die, wenn ich, gegeneinander spielen können. Vielleicht auch, wie wir dann Punkte machen können, falls wir zum Beispiel sowas wie... äh, Get Down spielen sollen, Master Builder oder sonstiges. Wo ja mehrere Spiele mitspielen. Hier können wir auch privaten Server spielen. Deswegen, äh, lasst uns gerne wissen in den Kommentaren. Ich würd sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao! Ciao! Und Finn? Anwesend. Du hast verloren! Aaaah! Ich weiß! Haha! Lustig. Ich weiß!